Endlich ist es wieder soweit. Nach eineinhalb Jahren Präsenz-Meeting-Fause trifft sich heute das Remax-Netzwerk aus ganz Österreich hier in Wien im Hotel Anders zu Fachvorträgen und zu tollen Impulsen unter anderem von Matthias Strolz und im Anschluss geht es am Abend dann noch in die Expedithalle zur Feier der Erfolge unserer Maklerinnen und Makler im letzten Jahr und im Anschluss noch ein toller Musik-Act mit Andy Lee Lang. Ich denke, das ist eine gebührende Feier für die tollen Leistungen des letzten Jahres und ein schöner Start wieder in die Präsenz-Meeting-Saison. Musik 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 Ja, da spürt man Good Vibrations hier bei der Remax-Gemeinde. Das taugt man, weil ich glaube, solche Leute brauchst du nicht. Wenn du ein neues Zuhause suchst, dann willst du einen Partner, der anpackt, der Zuversicht hat, der Lösungen herbeibringt. Und ich glaube, hier ist das Zuhause, diese Art von Haltung. Das taugt man, weil ich glaube, solche Leute brauchst du nicht. Das ist die Art von Haltung. 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 Ich bleibe. Bis zum nächsten Mal.